Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute haben wir eine kleine Diskussion sozusagen und ich wollte diesem Thema schon länger mal auf den Grund gehen und heute machen wir es. Und das Thema ist ein bisschen heikel, weil sich durchaus Leute schnell angegriffen fühlen, gefühlt haben fühlen. Und deswegen, kurzer Disclaimer, bevor wir damit anfangen, das Video heute ist nicht dafür da, um irgendeine Gruppe irgendwie anzumachen oder zu kritisieren direkt oder persönlich anzugehen, sondern dieses Thema heute ist für mich einfach eine Frage, die ich mir schon so lange stelle, weil ich da so eine starke Meinung zu habe. Und deswegen stelle ich sie um die Frage und das seht ihr im Thumbnail, was jetzt noch nicht fertig ist, aber Payne wird sich bestimmt was ausdenken. Warum kaufen Leute Bundles in Call of Duty? Und natürlich kann man das Thema Bundle Battle Pass auch auf andere Games ausweiten, aber ich will mich jetzt auf Call of Duty konzentrieren und vor allen Dingen auf das Thema Bundles. Weil Battle Pässe sind meiner Meinung nach nochmal was anderes, vor allen Dingen deswegen, weil man im Prinzip einen Battle Pass kaufen kann und solange man einfach nur ein bisschen Spielzeit investiert, mit den Gewinnen aus dem einen Battle Pass unendlich den nächsten und nächsten und nächsten wiederholen kann. Bundles aber sind ein anderes Thema und darum soll es heute gehen und lasst uns einmal gucken, was es in Call of Duty MW3 aktuell an Bundles gibt. Das krasse ist, das allererste, was man jedes Mal sieht, wenn man das Game neu startet, ist, kaufen Black Cell Pass, Premium Battle Pass, kaufen Battle Pass. Da wird dir angezeigt, was du dafür kriegst und du musst erstmal nach unten gehen, um weiterzukommen. Wenn du auf Weiter klickst, ist das erste, was einer wieder sieht, der nächste Battle Pass. Das heißt, alles an diesem Game ist darauf ausgerichtet und das ist jetzt für wenige eine Überraschung, um ehrlich zu sein, dass du von Anfang an davon konfrontiert wirst, dass du Geld ausgibst. Nicht irgendwie das Game an sich promoten oder Modi promoten, das allererste ist, hier ist dein Battle Pass, hier kann dein Battle Pass sein, hier kannst du den Besseren kaufen und alles ist, und das ist ein bisschen Psychologie, Part 1, warum kauft man Battle Pässe und wir bauen ein bisschen darauf auf. Wenn ihr euch das hier anguckt, dieses Bild jetzt einfach mal, jeder der von euch schon mal an einem Spielautomaten gezockt hat, wird sofort so ein bisschen Flashbacks bekommen. Spielautomaten funktionieren nach einem ähnlichen Credo für unser Hirn. Bunt, laut, Farbe, Animation. Animation, Geld reinzustecken, Animation für flashende Farben, für blinkende Farben, für helle Farben, für leuchtende Farben. Hier ist es nun so, dass wir kein Glücksspiel haben. Wir wissen, was wir bekommen, wenn wir einen Battle Pass kaufen. Genauso wie wir es wissen, wenn wir einen Skin kaufen oder eine Animation, aber trotzdem das allererste, womit ihr als Spieler sofort konfrontiert wird. Farbe, 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 Animation, Geld. So, und wenn man dann eben in den Shop geht und das Walking Dead Crossover, habe ich ja persönlich schon gesagt, feiere ich absolut und bin ein großer Fan davon. Trotzdem muss man dann dazu sagen, diese ganzen Sachen, die wir hier zum Kaufen haben, sind meiner Meinung nach dermaßen übertrieben überteuert. Im Gegensatz dazu, wie viel Arbeit in das Game anscheinend gesteckt wird, zu ein Skin wird gemacht, eine Animation wird gemacht, einmalig. Und diese Animation, dieser Skin, den ihr selber die ganze Runde ja gar nicht sehen könnt, sondern nur andere Spieler, wird zu unglaublichen Preisen verkauft. Und wir waren mal in Call of Duty Ghosts dabei, dass es Aufschrei gab, weil man einzelne DLC-Waffen und Skins für 1,99 Euro kaufen konnte. Jetzt sind wir dabei, dass normale Bundles zwischen 1.600, 2.400, 2.400, 2.400, 2.400, 2.800, 2.400. Ihr seht diese Preisstruktur und ich weiß, dass 28 Euro nicht gleich genau 2.800 Bundles sind, aber ich habe nicht genug, das heißt, ich kann mal draufklicken. Sagen wir mal, ich will die jetzt kaufen, dann können wir hier mal drauf gucken. Für 2.800 COD-Points, wenn ihr keine hättet, bräuchte man aktuell Shop-Infos werden geladen, scheint wohl ein bisschen länger zu dauern. Ich glaube, das ist eine Weltneuheit, dass der Shop nicht zu 100% funktioniert. Ich bin persönlich gerade sehr, sehr erstaunt. Ja, nach langer Wartezeit geht es dann doch. Und wenn wir mal gucken, wir wollten 2.800 COD-Points haben. 2.400 kosten 20 Euro. Da kriegt ihr dann 20% Bonus. Schade eigentlich, reicht nicht für 2.800. Was bedeutet, wir müssen automatisch in die nächste Stufe gehen, es sei denn, wir kaufen 2.400 und kaufen dann nochmal 500. Andere sagen sich, scheißegal, ich nehme direkt 5.000. 40 Euro weg. 40 Euro, dafür kriegt ihr von dem 2.800er Bundle nicht mal 2. Ihr kriegt nicht mal 1 für 2.400 und 2.800, weil es auch wieder nicht ausreicht. Diese ganze Preisstruktur ist darauf ausgelegt, dass ihr unnötig noch mehr Geld ausgebt für die Bundles, die ihr am Ende haben wollt. Und wenn ihr euch das anguckt, die Auswahl an Bundles, zu welchen Preisen es die gibt, ist unendlich mittlerweile. All das könnt ihr euch, ihr könnt täglich 200 Euro für Bundles ausgeben. Und anders als in anderen Games, endet es in dem Moment nicht. Die Bundles werden täglich erneuert. Jeden Tag kommt ein neues Bundle oder mehrere Bundles. Jede Woche kommt ein neues, großes Bundle. Und irgendwie da leuchtet die Waffe mehr, der Skin ist heller oder leuchtet mehr. Oder ist wie beim Rosekin, wo sie mit Absicht den Skin dunkel machen, dass er Pay-to-Win ist, damit die Leute es dafür ausgeben. Und das ist der zweite Punkt. Warum kaufen Leute Bundles? Pay-to-Win. Manche Bundles haben wir in der COD-Geschichte hinter uns einfach. Haben dafür gesorgt, dass unser Charakter schwieriger zu sehen ist, gar nicht zu sehen ist. Dass wir mit dem irgendeinen Vorteil haben, weil er eine Waffe hatte, die rein zufällig immer am Anfang von einer neuen Waffe mit einem neuen Bundle so OP ist, dass die Leute die Bundles kaufen, die OP-Waffen spielen. Nach ein, zwei Wochen kommt dann so ein Update, wo die Waffe schlechter gemacht wird. Das Geld ist aber bereits in der Tasche und komplett weg. Das heißt, viele von uns, von euch fallen darauf rein, beziehungsweise wollen einfach gegen Aufpreis diesen Vorteil haben, den man eigentlich nicht haben sollte. Bundles, finde ich persönlich, sollten immer rein objektiv betrachtet optischer Natur sein. Niemals Bundles, die in irgendeiner Art und Weise das Gameplay für dich oder für mich ändern. Das Ganze führt mich aber eigentlich zu wirklich der Nachfrage. Warum gibt man so viel Geld für ein Game aus, was wie Call of Duty seit Jahren in der Kritik steht, weil die Kernmechaniken der Games, ob das jetzt Vanguard war oder Cold War oder MB2 oder MB3 oder MB19, egal welches ihr nehmt, die letzten Jahre sind, glaube ich, die Mehrzahl von euch, die diesen Kanal gucken und andere YouTube-Kanäle der Auffassung gewesen, dass Call of Duty super schlechte Arbeit abliefert oder dass die Franchise nicht annähernd so gut ist und unfassbare Probleme hat. Ob Anti-Cheat, ob FPS-Probleme, Soundbugs, Grafikbugs, Gamebugs, Game-Mechaniken, die nicht funktionieren, leere Versprechen, verzögerte Updates, gar keine Updates, wir haben alles durch. Und trotzdem ist es so, dass sowohl die Battle-Pässe als auch der Black Cell Pass als auch die Skins in einer Anzahl gekauft werden, dass der Publisher Activision dermaßen bestätigt wird in seinem Handeln, dass sich nichts daran ändert. Und das ist jetzt vielleicht eine harte Äußerung, aber ich werde sie mit Absicht so sagen, auch wenn es durchaus wie ein Angriff klingt, jeder, der auch nur ein einziges Bundle in Call of Duty kauft, ist aktiv mit daran schuld, dass die Games seit Jahren schlechter werden. Würden sie diese Bundles nicht mehr verkaufen, würden sie dringend an den Games arbeiten müssen, weil sie eben die Einnahmequelle Bundles nicht mehr haben und warum hat man zum Beispiel, weil eben weniger Spieler unterwegs sind, weil das Game so schlecht ist, weniger Spieler, weniger Bundles, weniger Geld. Und das ist das Einzige, was einen Publisher wie Activision interessiert, weniger Geld. Nicht, ob ihr zufrieden seid, ob ich zufrieden bin oder sonst was, sondern die große Mehrheit und das sind, das ist der nächste Punkt. Und ich glaube, auch wenn von euch einige sich Bundles kaufen, ihr seid ja keine Teufel deswegen, die überwältigende Mehrheit von Bundle-Verkäufen in Call of Duty findet durch die Leute statt, die durch SBMM so sehr geschützt werden, dass sie als Casual Gamer komplett durchgehen. Das sind aber auch Leute, die kein Call of Duty auf YouTube gucken, die kein Call of Duty bei Twitch gucken, die irgendwie zweimal die Woche abends zwei Stunden spielen und dann pro Woche 25 Euro für ein Bundle ausgeben. Und das ist, vielleicht sagen jetzt einige, einmal die Woche 25 Euro ist ja nicht viel, das alleine sind jeden Monat 100 Euro. Das heißt, die geben jeden Monat mehr Geld für kosmetische Items aus, was Activision nichts kostet, als das Game an sich. Und der letzte und vielleicht wichtigste Punkt für mich, warum Leute Bundles kaufen, ist, dass Activision, was Marketing angeht und Kooperation, geniale Ideen hat. Das Walking Dead Crossover mit Michonne, mit Rick, ich hätte mir immer Daryl erhofft, kam jetzt nicht, trifft so viele Leute, die The Walking Dead als Serie, als Franchise geguckt haben, dass du da automatisch unzählige Verkäufe generierst. Und das AMC-Universum, das heißt, die, die hinter Walking Dead stehen, machen sowas sehr gerne, weil passt zu Modern Warfare Zombies, passt zu Call of Duty das Ganze, kein Image-Shan das Ganze. Und an jedem einzelnen Verkauf wird AMC selbstverständlich mitbeteiligt. Das Gleiche haben wir eben mit Dune, das Gleiche haben wir jetzt mit Season 3, die Leaks sind gerade rausgekommen, dass wir ein Warhammer-Crossover bekommen. Das heißt, jeder, der Warhammer, so heißt es, glaube ich, irgendwie gespielt hat, kennt, wird auch dort höchstwahrscheinlich zugreifen. Wir haben das mit den Fußballstars gehabt, also mit Neymar, Mbappé und noch jemanden. Und immer wieder kommen spezielle Themen, die nicht nur euch als reinen Gamer irgendwie catchen, sondern auch als Seriengucker, Filmgucker oder Sonstiges. Und all diese Assoziationen zueinander sorgen dafür, dass ihr viel, viel mehr bereit seid, Geld auszugeben, als wenn es jetzt irgendein Bande wäre mit einem grünen Ghoul oder Sonstiges. Und, falls sich jetzt welche angegriffene Gefühle haben, als sie damals das Event in Cold War hatten mit Rambo, John McClane und ich glaube, es war zusätzlich auch noch Scream, also aus dem Film Scream, die Todesmaske, habe sogar ich zugeschlagen, weil ich einfach nicht anders konnte. Für mich waren das meine Kindheitshelden, ich wollte unbedingt ein Skin davon haben und habe ihn mir auch gekauft. Das heißt, auch ich bin aktiv schuld daran, dass die Games nicht besser werden. Aber, und vielleicht regt das den einen oder anderen zum Nachdenken an, ihr gebt mit jedem Bundle, was ihr ausgebt, in dieser Preiskategorie, die Hälfte davon aus, was ihr für das reine Game bezahlt habt. Nur dafür, dass dieses Bundle ein oder zwei Tage aktuell ist und nach dem dritten Tag schon wieder das nächste kommt, wo euer Skin schon wieder veraltet ist sozusagen. Und umso mehr Geld ihr für diese Bundles ausgebt, umso weniger Chance und Möglichkeit besteht, dass sich an den Games und an dem schlechten Zustand der Games irgendwas langfristig ändert. Das sind natürlich nur subjektive Gründe und ich habe keine Umfrage gemacht und auch keine repräsentative Umfrage über das Ganze. Aber es war ein Thema, was ich eh schon lange ansprechen wollte und jetzt gerade vor der Season 3, wo gerade so ein bisschen Freiraum ist, war es eins, was ich gerne ansprechen wollte. Ihr könnt eure Meinung dazu schreiben, vielleicht seid ihr anderer Meinung, vielleicht sagt ihr, es geht halt gar keinem was an. Damit habt ihr recht, es ist euer Geld. Jeder, der ein Bundle kauft, es ist sein Geld, was er sich erarbeitet, was er sich erklaut, erspielt oder sonst was. Geht mich, geht keinem anderen was an. Aber ich finde die Diskussion gerade beim Thema Call of Duty sollte zumindest erlaubt sein, dass man einmal darüber spricht. Lasst mir ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Und ich habe eine kleine Überraschung für alle, die bis zum Ende geblieben sind. Diesmal bin ich bis zum Ende, weil wir haben ein Preset sozusagen, das wir euch zum Download stellen für meinen Partner UMGN Controller, wo ihr euren eigenen kreativen Controller erstellen könnt. Und die besten drei Einsendungen von denen, die dann einsenden, werden in einem Video von mir vorgestellt. Und der Gewinner per Umfrage von diesen drei Einsendungen bekommt seinen nagelneuen, einzigartigen, selbst erstellten Controller for free. Für die Kosten komme ich auf. Und er wird zum Verkauf auf UMGN auf der Homepage angeboten. Im nächsten Video werde ich euch da das Tool dafür geben. Das könnt ihr per Download downloaden und könnt komplett gratis, ihr bekommt Zeit dafür nichts, mitmachen und euch mal irgendwie Gedanken machen, was für ein Bundle ihr oder was für ein Controller-Set, Preset ihr gerne hättet mit Skin, mit Farbe, mit Pellets, mit sonst was. Und könnt euren Wunsch-Controller erstellen. Und wenn ihr ein bisschen Glück habt und der richtig geil aussieht, könnt ihr er gewinnen. Und der eine, der gewinnt, geht auf der Homepage von UMGN, ist auch unten verlinkt, und wird dort zum Verkauf für alle anderen ausgestellt. Also eine geile Chance, die mir Marcel, das ist der Chefführer um das Team von UMGN, der geboten hat. Und da habe ich gesagt, sofort das machen wir. Also nächstes Video abwarten, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich bin raus.